Wenn man das geschaut hat, dann kommt das Schuss im Eichnetz. Die Schuss ist ausgegangen. Dann kommt das Wasser zu an der Türen abradieren. Das ist jetzt so ganz gut. Aber jetzt sagt der Schuss im Eichnetz. Der Schuss gehört zueinander. Der Schuss im Eichnetz ist ein Gerät. Der Schuss im Eichnetz war ich hier in der ATV. Die Schuss im Eichnetz. Der Schuss im Eichnetz. Ich würde gerne noch mal Deine kommen. Jetzt geht es kurz. Jetzt ist er da, genau wie im Eichel. Das ist ein bisschen vorbrech. Das wird eins, zwei, eins, oder? Das ist verbunden, später soll es auch so ein Prinzip sein. Der A-Leun und der Flyer. Jetzt geht es mit dem A-Leun. Eins, zwei, eins. Jetzt geht es mit dem A-Leun. Jetzt geht es mit dem A-Leun.